So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Together Minecraft in der Staffel 8, auch original mit dem Yannick. Yay! Und wir sind hier, ja, dankeschön. Und ja, ich halle leider immer noch, ist halt momentan so, kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich denke mal, dass wir jetzt länger aufnehmen werden, das wird jetzt noch etwas länger so sein, aber dann hoffe ich mal, dass endlich mein richtiger Schreibtisch kommt. Und dann, sobald der Schreibtisch kommt, kann ich nochmal in die Kehrfahrt und mir hier noch ein paar Bübel kommen, äh, ja, reinholen. Das geht ja dann ganz schnell. Nur, der Schreibtisch ist halt eine Sonderanfertigung und ich möchte halt wirklich warten, bis der hier eingebaut ist, damit dann halt auch wirklich alles passt. Lass mich, ich finde so ein Name, so Noma Eiche einfach geil. Du hast keine Ahnung, was das für eine Farbe ist, oder? Es hat so eine wundervolle Maserung. Es ist einfach perfekt. Gut, ja, auf jeden Fall ist es sehr schön. Bei mir beim Schreibtisch sehe ich den gar nicht, da liegt zu viel, zu viel Zeug drauf. Okay, also ich habe jetzt wirklich so einen billigen weißen Schreibtisch auch vor mir her. Da haben die Füße mehr gekostet als diese Schreibtischplatte. Und die Schreibtischplatte, die ist wirklich auch schon sowas von am Arsch. Die ist durchgebogen bis zum Ende. Ja, es ist nicht mehr schön. Und ich denke, ich kann mir jetzt hier mal in der neuen Wohnung auch einen schönen Schreibtisch aus Massivholz gönnen, auch wenn er ein bisschen mehr kostet. Aber die Teile halten dann halt wenigstens auch ein bisschen länger. Klar, man muss den pflegen mit Öl und sonst was. Aber du hast dann halt auch was Schönes da stehen. Verstehst du, was ich meine? Verstehe ich schon. Ja, genau. So, wir haben gerade auch durch die Gegner mitbekommen, dass die wohl auch irgendwie schon ein bisschen im Singleplayer und wohl auch im Multiplayer getestet haben, wie das mit den Flugzeugen aussieht. Und dass die Flugzeuge irgendwie seit dem letzten Update doch wieder buggy sind. Und wir haben jetzt auf jeden Fall relativ viel Eisen. Aber wir haben uns jetzt doch nochmal dazu entschlossen, uns eine, sag es ruhig, Bazooka zu machen. Genau. So, und zwar haben wir die Bazooka getestet. Moment, ich will euch kurz noch was ansprechen. Und zwar ist sie mittlerweile Minecraft 1.6, 6.2 raufen. Ja, ist sie. Wir spielen immer noch auf der 1.5.2 raus, glaube ich. Jep. Auf jeden Fall, ich hasse die neue Version. Okay, also ich hab sie... Weil nicht wegen dem, was der Inhalt ist, sondern weil Mojang, die es schon wieder sich überlegt hat, meine Güte, ändern wir doch einfach mal wieder, wie man ein Texture-Pack macht. Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt konvertieren muss. Ich mach das auch nicht, weil ich keinen Bock mehr drauf hab. Ich hab von der 1.4 auf die 1.5 zwei Stunden lang einfach nur die Texturen. Wie machen sie es denn jetzt schon wieder? Ich hab keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Ja, gut. Ich hab aber keinen Bock, das jetzt nochmal zu ändern. Ja, das kann man auch durchaus nachvollziehen. Also ich schau grad mal nach, was es hier eine Bazooka kostet. Die kostet echt extrem viel Eisen. Und auch die Magazine kosten echt extrem viel. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach mal eine. Was ich auch noch überlegt habe, ich hab mir ja die Videos angeschaut und ich hab auch gesehen, dass ich leider auch ein bisschen mitverantwortlich bin für deinen Tod. Ja. Und ja, also die Gegner hatten Stands und die hab ich jetzt mal auch im Singleplayer getestet mit dem Yannick. Und die Stands, die sind wirklich so, die haben kaum Rückstoß. Ja, also die gehen wirklich klar. Die gehen wirklich sehr gut klar und die Barres. Ja, eigentlich sind die aus der britischen, würde ich sagen. Glaube ich auch, ja. Und wir haben uns halt jetzt überlegt, dass wir uns jetzt das Äquivalenzstück dazu machen, nämlich die Barre, oder? Beziehungsweise haben wir uns nicht überlegt und auch nicht abgesprochen, aber soweit ich mich erinnern kann, hatte die Barre auch sehr wenig Rückstoß und hatte auch eine sehr viel schnellere Feuerwaffe, richtig? Äh, Feuerrate meine ich. Das weiß ich grad gar nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, aber ich könnte denken, dass das so ist. So, ich mach hier grad mal eine Kiste. Nein, das ist jetzt kein Regelverstoß. Ich will hier nur grad mal Sachen reingeben, um mein Inventar zu ordnen. Das werde ich jetzt nicht lagern. Ich will halt nur mein Inventar ordnen. Gib auch mal dein Eisen da bitte alles rein. Mein Eisen? Jep, gib das mal alles da rein. Und auch den ganzen Scheiß, den man nicht braucht, natürlich. Warum hab ich so viel Redstone? Den brauch ich eigentlich auch nicht. Obwohl, doch, kann eigentlich ganz süßlich sein. Brauchen wir Schlüssel? Ich glaube nicht. Doch, die, die, genau, die wolltest du für die Flugzeugboxen. Ach, du hast sogar schon... Ich hab's schon zwei. Ah, wir haben trotzdem noch so viel Eisen über. Jo, gut. Also die Flugzeugboxen heben wir uns auf jeden Fall auf, sobald wir wirklich mehr darüber wissen, ob die Flugzeuge jetzt doch nochmal backen oder nicht. Vielleicht, ähm, gibt's ja auch nochmal für die 1.5.2 ein Pflanzmordwaffen-Update oder auch für die 1.6. Weil was, was komisch ist, als ich's vorhin, äh, nochmal getestet hab, im Singleplayer, die, äh, Bazookas und sowas, da haben sie alle wieder Umgebungsschaden gemacht. Umgebungsschaden haben die da wieder gemacht. Ich hab keine Ahnung, wo er das... Ja, echt ziemlich komisch. Ja, das... Ich find das auch echt komisch. Das ist echt ziemlich strange. So, also eine Bar kostet 10 Rohholz und 15 Eisen. Wie viel Rohholz hast du? Keins. Keins. Ich hab 6 Rohholz. Gut. Das heißt, eigentlich können wir die Höhle verlassen. Mhm. Ähm, ich mach mal vorsichtig die Waffenbox hier ab. Und ich nehm auch mal die Öfen mit. Und auf dem Weg können wir nochmal ein bisschen rohes Eisen mitnehmen. Aber ansonsten... Dann mach ich mir nochmal kurz ne... Genau. Ich brauch nochmal kurz ein bisschen Eisen. Dann könnte ich mir noch ne Spitzhacke machen, ne neue. Ja, dann hol dir doch was aus der Kiste raus. Ich würd sagen, jeder nimmt so etwa ein Stack Eisen mit, weil dann ist es gut verteilt. Und was ich auch noch mache, ich brenne auch noch das ganze Fleisch hier. Und dann gehen wir raus, holen wir ein bisschen Holz. Und dann bauen wir uns ne neue Basis. Und machen uns dann halt noch die Baris, richtig? Genau. Jo, das ist der Plan. Und die MP4-4, die schmeiß ich, glaub ich, weg, weil ich hab halt wirklich immer noch sehr viele Magazine für die Thompson. Und dann in Zukunft benutzen wir am ehesten, auch grad auf Weiterentfernung, die Baris und für den absoluten Nahkampf die Thompsons, weil die halt viel länger halten. Und im Nahkampf schießt man, glaub ich, auch eher mal ein bisschen öfters daneben, wenn ein Gegner direkt vor einem steht. Man kann es ja auch so machen, dass man einfach dann die Waffe wechselt, wenn es Magazin leer ist. Genau, so kann man das natürlich auch machen. Ja, das ist, ja, genau, das sollte man machen. Das hätte ich letztes Mal auch machen sollen. Aber wie gesagt, ich wurde halt einfach so zurückgeworfen. Das müssen wir uns echt merken. Normalerweise mit einem Schwertkampf ist es relativ klug, von unten zu kommen, weil du hast irgendwie eine höhere Reichweite von der Schlagweite als den Gegner. Und du kannst ihn halt nach hinten klicken. Entschuldigung. Und der kann dich eigentlich überhaupt gar nicht schlagen. Aber mit den Waffen ist es ja so, dass man einen ziemlich heftigen Rückstoß hat. Und deshalb ist das ziemlich dämlich gewesen, die da wirklich direkt so anzugreifen. Und wie gesagt, es war kein Hinterhalt. Also bevor sich jetzt wirklich noch weiter Leute beschweren, dass das... War das eben ein Creeper? Ja. Das ist eine. Bevor sich jetzt wirklich noch weiter Leute beschweren, dass es ein Hinterhalt war, bitte. Hört einfach auf. Es war doch kein Hinterhalt. Ich meine... Hast du ein bisschen was zu essen? Wenn wir wirklich am Spawn wären, ich mache einen Ofen mit Essen. Hinter dem... Oh mein Gott. Hier sind... Wir sollten das irgendwie besser ausleuchten. Ja, ich stelle hier mal ein paar Verkriegen. Mach das mal. Gut, also in dem Ofen sind Hähnchen und hier mache ich mal Raw Parkjob hin. Und ansonsten können wir eigentlich wirklich gleich noch um. Die Strings brauche ich glaube ich nicht. Wie viel Schwarzpulver hast du? Äh, ich habe keins. Keins. Ist gut, ich habe 25. Das sollte eigentlich auch nochmal für ein paar Magazinen mit der Barre... Aber die spinnen... Die Weben gehen voll ab hier. Ja, die backen bei mir irgendwie auch ein bisschen. Uh. Gut. Machen Party. Ähm, dann nimm du dir am besten das Hähnchen und ich nehme mir das Fleisch aus dem rechten Ofen, okay? Mhm. Alles klar. Das Hühnchen tut man ruhig töten. Ja. Ja. Das war ja auch der Grund, warum ich zurückgegangen bin in mein Hühnchen. Verdammt, ich habe mein Hühnchen immer noch nicht. Echt nicht? Ich... Ach so, das ist aus dem Ofen dort von da oben. Genau. Ich erinnere mich, ja. Deshalb sind wir überhaupt erst da hingegangen und dann gestorben. Naja. Was soll man machen? Bestimmt werden wir uns nochmal irgendwann am Spawn treffen. Irgendwann gehe ich dann noch hoch und hol mein Hühnchen. Genau. Aber die Bazooka, die machen wir uns auf jeden Fall, würde ich sagen, auch noch. Aber jeder nimmt am besten wirklich nur einen Schuss mit für die. Ja. Weil die kann man halt wirklich nur dann benutzen. Wenn man wirklich sicher ist, dass der Gegner einen nicht sieht. Weil ansonsten kann man ausweichen. Die ist zwar relativ schnell. Auf jeden Fall schneller als in der letzten Pflanzmod-Version. Allerdings halt doch leider immer noch sehr... Brauchst du noch Cobblestone? Ähm, ich habe 17 Cobblestone, also eigentlich brauche ich keinen. Dann hol dir doch am besten dann ein Stack raus und ansonsten verbrenne ich das Ganze. Mach den Stack Cobblestone in das Inventar. Und den Rest verbrenne ich hier gerade. Damit hier niemand sagt, dass wir jetzt irgendwie gegen die Regeln verstoßen, weil wir hier eine Kiste mit Rohstoffen haben. Weg. So. Ich will, dass das weg ist, so. Und, äh, tschüss. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall nach oben, holen uns noch ein wenig Holz. Und dann machen wir uns eine Bazooka, würde ich mal brauchen. Dann machen wir uns auf jeden Fall eine Bazooka und noch die Bars. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Ich weiß es nicht, aber wir können ruhig einen anderen Weg nehmen, weil auf diesem Wege finden wir natürlich auch gleich nochmal... Ich baue mich jetzt einfach hoch, weißt du? Auf diesem Wege finden wir natürlich auch nochmal ein wenig mehr Eisen, so wie hier. Und ich höre hier schon spinnen. Hast du Fackeln? Äh, ich habe vier Fackeln. Ich muss mich aber auch erstmal hochbauen. Okay, dann mach du das mal. Und ich habe übrigens jetzt auch eine neue Maus. Also, viele werden... Viele haben sich ja wieder beschwert. Och, der Dom hat schon wieder keine Folge hochgeladen. Das war gestern. Ähm, ja. Wer Facebook liest, bevor sich beschwert, ist natürlich immer ganz gut aufgehoben. Und zwar habe ich das auch schon auf Facebook gepostet. Leider ist mir halt eben, weil der Schreibtisch jetzt so bei der Tür steht, als ich die Tür aufgemacht habe, die Geschränkeflasche umgekippt. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ist aber so. Weil ich das halt einfach nicht gewohnt bin. Normalerweise passe ich immer auf sowas höllisch auf. Mir ist auch wirklich noch nie irgendwas ausgelaufen auf meinen Schreibtisch, obwohl ich wirklich immer offene Flaschen darauf stehen habe. Aber ja, Gewohnheit. Mir ist das schon öfter passiert. Okay. Gewohnheit macht es halt eben. Und mir ist wirklich... Es war der ganze Schreibtisch voll besudelt mit der Cola. Und, ach, das ist... Es war schrecklich. Und, ja. Ich habe halt wirklich so schnell wie möglich mit destilliertem Wasser dann die Tastatur und die Maus ausgewaschen. Aber trotzdem hat beides nicht mehr richtig funktioniert. Pass auf, dass du hier bloß nicht in die Lava reinfällst. Ich mache mal gerade ein Wasser einmal hin, zur Sicherheit. Und wirklich, es war so katastrophal, dass... Ja, ich musste mir dann leider eine neue kaufen. Und ich konnte halt natürlich an dem Abend nicht mehr die Videos rendern, die eigentlich am nächsten Tag rauskommen sollten. Weil halt nichts mehr funktioniert hat. Und, ja. Das war jetzt ziemlich zum Kotzen. Das andere ist, ich habe mir jetzt den Logitech G400S geholt. Aus dem Mediamarkt. Eigentlich kaufe ich nichts mehr in diesem Laden, weil... Der mir schon öfters gezeigt hat, dass der mich nicht als Kunde haben möchte, dieser Laden. Mit vollkommen überteuerten Preisen im Vergleich zum Online-Handel. Und, ja. Es war halt leider die einzige gescheite Maus, die die da hatten. Und, ja. Ich brauchte halt schnell eine Maus. Und da kann man natürlich nicht drei Tage auf den Versand warten. Oder zwei. Und auch der Morning Express bringt einem da nicht viel, wenn man nicht zu Hause ist. Und womöglich das Paket wieder zurück zur Poststelle geht. Also, von daher, ja. Jetzt habe ich wieder an diesen Laden unnötig Geld ausgegeben. Ja. Tja, wie... Also, wirklich. Nee, wirklich. Ich mag den Laden einfach nicht. Und diese ganze Scheinkonkurrenz mit Saturn. Ich meine, die gehören ja beide zur Saturn-Media GmbH. Verstehst du? Saturn für Saturn und Media für Mediamarkt GmbH. Ja, ich bin nicht ganz so blöd. Ja, das ist schlimm. Und dann... Im Zusammenhang kann ich schon irgendwie raussehen. Ja, klar. Gut. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier auf jeden Fall nach oben. Hast du eigentlich einen Timer gemacht? Ja, habe ich. Das ist very good. Wir sind jetzt bei elf Minuten. Bei elf Minuten, alles klar. Dann gehen wir halt hoch. Und... Ah, hier ist diese wundervolle Schlucht. Die können wir auch noch erkunden. Holen wir jetzt wirklich so viel Eisen wie möglich. Am besten irgendwie noch etwa einen Stack. Ich musste mir letztens auch eine neue Maus holen. Okay. Und zwar, weil... Extrem geil, aus meiner alten Maus ist irgendein Kleber ausgelaufen. Oh, sehr schön. Was hattest du für eine? Ich hatte vorher die Rocket Cover Plus. Die war eigentlich ganz cool. Ja? Nur die ist, äh... Ja, wie gesagt, ausgelaufen. Also, weißt du, ich muss sagen, mir fällt so ein bisschen was auf. Also, Logitech hatte früher extrem gute Mäuse, die eine extrem überdurchschnittliche Qualität hatten. Die waren wirklich extrem. Mhm. Wirklich extrem gut. Extrem geil. Zum Beispiel die G5. Die war einfach so... Oh, die war wundervoll. Und dann mit der G500 ging es immer weiter bergab. Also, ich hatte ja die G500 und ich muss wirklich sagen, schon von Anfang an hatte ich mit meiner Probleme mit quietschenden Tasten, ja. Die Tasten haben gequietscht. Die habe ich dann eingeschickt. Und, ja, habe ich eine neue bekommen. Bei der, vor zwei Monaten hat sie wieder losgefangen, angefangen mit den paar knarrenden Tasten. Es war wirklich schrecklich. Und es hat auch immer ein bisschen was geklappert, wenn du die Maus schnell bewegt hast. Das ist jetzt hier bei der G400S nicht so. Aber ich muss ehrlich sagen, für eine Maus, die 59 Euro kostet, also als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, im Internet kostet die 56. Und hätte ich mir wirklich etwas über das Internet bestellen können, hätte ich mir die G400 geholt, weil die kostet ein 20er irgendwas. Und ist halt eigentlich genau das Gleiche. Außer, dass die G400S natürlich wieder voll neue Features hat. Zum Beispiel 100 DPI mehr für noch flüssigeres, ja. Du weißt ja. Also im Grunde genommen geht es mir bei einer Maus, dass sie mir gut in der Hand liegt. Und ich habe da halt Glück mit Logitech, dass mir die Formen von denen eigentlich immer sehr gut in der Hand liegen. Bei mir ist komplett ohne, ich hasse die Logitech-Mäuse, ich mag die Formen sowas für mich. Ja klar, es kommt halt, es kommt bei Mäusen hauptsächlich auf den Geschmack an. Und eigentlich sollte sich niemand eine Maus kaufen, weil er die Features so cool findet, sondern ganz einfach, weil sie einem gut in der Hand liegt. Mit einer Maus arbeitet ihr wirklich Stunden am Tag und da ist das halt einfach extrem wichtig. Und da sollte man sich echt nicht von sowas wie, jetzt habe ich die Ofen, die Öfen verheizt, egal. Da sollte man sich nicht wirklich mit sowas wie technischem Gimmicks da beeinflussen lassen, weil es einfach totaler Schwachsinn ist. Weil, ja, klar sind Funktionstasten äußerst nützlich. Ich liebe Funktionstasten. Ein paar. Mit zwei, drei Stück an der Maus komme ich auch schon wunderbar. Klar, mehr braucht man einfach nicht. Ja, ich habe auch nur zwei, eigentlich drei Tasten. Ja, ich habe auch drei Funktionstasten und mit zwei kann man halt die DPI voreingestellt verändern. Und das reicht eigentlich auch vollkommen. Mehr braucht man nicht. Ich brauche ja nicht so eine komische Cyborg-Maus oder was es da alles gibt mit irgendwie... Nee, da gibt es die Logitech G9, glaube ich. Die hat irgendwie 19 Tasten an der Seite. Ja, meine Güte, da verklicke ich mich doch andauernd. Gut, der ein oder andere StarCraft-Spieler wird es gebrauchen können, aber ich als normaler anwende nicht. Gut, holen wir uns Holz und machen uns die Bazooka und die Bars. Und dann gehen wir mal wieder auf die Gegnersuche, oder? Weil ich habe mir jetzt hier die Mad Cat's Thread 5 geholt. Also die ist eigentlich... Die hat drei Tasten, einmal zwei Zusatztasten und dann auch so eine Sniper-Button, das da... Und wenn du draufdrückst, dann kannst du einfach die DPI nochmal schneller verändern als mit den beiden DPI-Tatschen. Ach, das hört sich gut an. Ja, dann baust du dir auch ein bisschen Holz ab. Ja, ich muss mir nur kurz eine Hacke machen. Okay, kannst du mir auch gleich eine Axt mitmachen, das wäre sehr nett. Das könnte ich natürlich nicht machen. Es reicht eine Steinachs, ne? Eine Steinachs, ja. Eine Steinachs reicht mir eigentlich. Jetzt wollte ich so die coolen Axten machen, aber cool, dann mache ich eine Steinachs. Weil ich meine Eisen haben wir später auch noch, sollten wir uns doch nochmal Flugzeuge machen. Eher mehr nötig als jetzt irgendwie. Ja. Gut. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich auf jeden Fall eine neue Maus und ich habe meine alte mechanische Tastatur wieder genommen, die ich eigentlich sehr mag und eigentlich nicht mehr in Videos benutzen wollte, weil sie halt so laut ist. Also wenn ich jetzt was schreiben werde, werde ich dir auf jeden Fall auch wahrscheinlich wieder meine Tastatur... Dankeschön, hören. Und ja, so schlimm finde ich es jetzt aber auch nicht. Gut. Wie lange nehmen wir schon auf? Ich finde mich... Wir nehmen jetzt... Ah, 15 Minuten, genau. 15 Minuten, genau auf den Punkt, alles klar. Dann verabschieden wir uns hier auf jeden Fall mal von dieser Folge, wenn ihr es ganz schön findet, dass ich auch mal so Infos zwischendurch plabbere und nicht immer kommentiere, was ich gerade hier baue und wir uns halt so ein bisschen über Themen unterhalten oder eher ich mich mit mir selbst unterhalte, weil dich, Janik, lasse ich natürlich eh nicht zu Wort kommen. Ja. Dann könnt ihr dem Video hier natürlich bei uns beiden einen Daumen hoch geben. Und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben, am besten ohne Beleidigungen. Nein, am besten nicht, weil wir sind nicht kritikfähig. Ja, da hat sich einer wirklich... Hast du es gesehen mit diesem Fake-Account? Der sich... Nee, nicht Fake-Account, der hat sich auf jeden Fall irgendwie schon mittlerweile sechs oder sieben Accounts gemacht und mich als Judensohn beleidigt und mich beleidigt, weil ich eine Brille trage. Ach Gott. Und ich würde ja den ganzen Tag nur Minecraft spielen. Nee, ich arbeite nun nicht acht Stunden am Tag und... Ach, ja, diese Kinder, die keine Ahnung vom Leben haben, wie ich es liebe. Gut. Jedenfalls, ähm, ja, gebt dann auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter, aber es wäre dann ganz nett, wenn ihr uns schreibt, was wir verbessern sollen. Und zwar sachlich und ohne Beleidigungen. Auf jeden Fall dann, wie gesagt, tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss.